hallo meine freunde er sonne da sind wir wieder heute ein video was ihr euch also was sich ein paar gewünscht haben und deshalb wird das heute einfach ein extra video also ich möchte daraus eher ein real talk machen als eine richtige reaktion ich habe mir von excel schon das video danach angeguckt und da hat er ja einiges klargestellt und ich möchte dazu auch noch was sagen dass das erste ja ihr lest natürlich den titel und denkt euch jetzt auch scheiße was geht in ihr vor sich und was ich am krassesten finde das ist extrem viele leute gerade in den kommentaren gibt die natürlich excel extrem angreifen also viele schreiben natürlich ja excel hat sie geschlagen excel hat sie auf dem balkon ausgesperrt und das hat natürlich excel klar nochmal klar gemacht in seinen real talk video dass es nicht so war und ich finde das immer extrem heftig wenn sich irgendwelche leute die überhaupt keine ahnung von der situation haben sich irgendwas anmaßen zu wissen was gar nicht stimmen was gar nicht der realität entspricht und vor allen dingen dann solche unwahrheiten verbreiten weil dann liest man sowas und es gibt natürlich dann viele oder man man guckt sich dann zu kommentare an oder man guckt sich videos an und da denkt ja so und da gibt es natürlich auch viele die sich dann so dann ja das wird so sein excel hat ausgesperrt aber ihr habt hier nun ganz ganz kleinen teil bestes beispiel mit moramed der vor einem halben jahr oder sowas ihr habt das vielleicht alle so mitbekommen der war mit dem city roller unterwegs und haben die polizisten zu acht glaube war es ist sehr lange schon her ich glaube zu acht war es den jungen runter gedrückt und das sah natürlich in der aufnahme extrem brutal aus und guckt euch mal bitte die ganze story dazu an gibt es mehr als genug nachrichtensender die darüber berichtet haben und auch da haben viele gesagt die polizisten was sind das für schweine die sollte man einsperren die sollte man entlassen aber dass natürlich der mohamed schon mit 13 jahren jemanden krankenhaus reif geschlagen hat dass er vorher schon taxifahrer niedergeschlagen hat die nase gebrochen hat dass er vorher schon schon etliche straftaten begann und dass er auch schon polizisten angegriffen hat und auch in dem video dass er vorher ne die aufnahme läuft der immer meistens erst ja wo die polizei agiert vorher dass er vorher die polizisten angegriffen hat das sieht man vorher nicht und und viele machen sich dann über paar sekunden ein bild oh ja was was ist das für einer genau wie hier ihr wisst nicht was vorher passiert ist und ihr kennt die ganze situation nicht deshalb gehen wir jetzt komplett neutral daran und ja wie gesagt ich habe real talk video von excel auch angeguckt dazu weil ich auch klein noch was sagen gucken wir mal rein steht draußen auf dem balkon schreit hilfe alter das müsst ihr euch vorstellen vor allem was ich hier auch extrem heftig finde ich verfolge excel schon längere zeit also wirklich schon lange und man sieht ja auch extra an dass er natürlich schon ein bisschen fertig ist und dass die situation vor dem live stream schon ein bisschen angespannt war und dass er natürlich jetzt erstmal im stream ein bisschen seine ruhe haben möchte und definitiv auch mit seiner freundin mehrmals schon gesprochen hat muss er dir vorstellen hier hört man das dass sie was in der küche macht also was rausholt jetzt habt ihr jetzt habt ihr was gehört jetzt sagt er mir reicht weil er einfach mit der situation was vollkommen verständlich ist in der situation dass man da mega überfordert ist dass man auch irgendwann keine kraft mehr hat weil das hat sich natürlich über mehrere monate so abgespielt dass dass er einfach keine kraft mehr hat und jetzt sieht man natürlich die reaktion von der freundin Alter 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 Hör auf mit dem Scheiß Hör auf mit dem Scheiß Hör auf mit dem Scheiß Alter sag mal bist du noch ganz bist du noch ganz sauber Legt das Messer weg Und das finde ich auch mega heftig also ihr habt ja gesehen Mir reicht hat sie vielleicht so aufgefasst okay er trennt sich jetzt von mir endgültig Dass sie dann in dem momenten kurzschluss hatte Und ich sage auch euch wie sowas hat der excel auch gesagt dass sie viel getrunken hat und dass sie leider ein problem hat mit dem alkohol und alkoholismus ist eine krankheit ist einfach so Ähm ich finde das immer so traurig wenn da übrigens viele sagen ja dann sollte doch einfach aufhören oder auch zu anderen leuten die man vielleicht unterwegs sieht die dann auf der bank sitzen und vielleicht schon den vierten whisky getrunken haben und es ist immer so einfach zu sagen ja sollen doch die personen aufhören aber zum beispiel ich kannte mal jemanden der ist dann auch dem alkohol verfallen ähm ganz einfach aus dem grund das habe ich glaube auch schon mal gesagt in der real life story so wenn ich das noch mal sage der hat seine familie verloren seine ganze familie ähm da hat das haus gebrannt und äh die frau und die kinder kamen brennend aus dem haus ne ne und man sieht natürlich nur den menschen dann in dem moment auf der parkbank für paar sekunden und übelst viele machen sich da direkt so ein bild ja alkoholiker ähm hat nichts im leben erreicht ähm der soll sich helfen lassen und 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 solche leute haben sich sehr oft hilfe gesucht die haben viele leute haben sich leider ähm die hilfe dann haben die hilfe dann abgebrochen aber ähm in dem moment sich über solche leute ein urteil zu bilden ist vollkommen fehl am platz weil ihr kennt einfach die vorgeschichte nicht und ähm zu sagen ja er ist ein alkoholiker er ist einfach zum alkoholiker geworden ist einfach aber die leute dahinter haben sehr sehr oft eine wirklich traurige vergangenheit und sehr sehr viele greifen nicht umsonst zum alkohol weil sie leider damit ähm naja vielleicht ein bisschen den alltag bewältigen wollen aber auch vielleicht ein bisschen klarkommen wollen also sehr viele die vielleicht keine heftige vergangenheit hatten haben trotzdem irgendeine psychische krankheit und kommen ohne psychische krankheit also mit der psychischen krankheit im alltag nicht klar und da gibt es viele die leider dann zum alkohol greifen leider auch ganz viele dann zu starken drogen und genau in dem moment fühlen die sich halt mit mit den drogen kann ich leider damals auch im krankenhaus mit den drogen dann besser ja und in aber in dem moment wenn die solche ausraster haben oder ähm wenn die wenn die mal wirklich mal so eskalieren dass das zum beispiel ein alkoholiker oder ein drogensüchtiger oder 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 dann wirklich gewalttätig wird oder zum messer greift das ist in dem moment nicht die person das ist wirklich in dem moment nicht die person ist einfach nicht man kann sich darüber kein urteil machen das ist einfach fakt wenn man einfach nur paar sekunden sieht das ist in dem moment nicht die person das ist den alkohol verschuldet oder halt mit anderen substanzen oder auch was auch sehr oft und was leider immer häufiger in deutschland wird in unserer enorm heftigen arbeitsgesellschaft wo es wirklich nur noch darum geht geld 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 zu machen und auf den einzelnen mitarbeiter wird nicht mal geguckt sondern überschichten über überschichten wenn solche leute natürlich dann irgendwann psychisch erkranken und dass sie dann irgendwelche aussätze haben und vielleicht auch öfters mal wutanfälle bekommen dafür können die person in dem moment nichts es ist einfach so das fakt die haben dann einfach ein problem und das wissen auch sehr oft die person aber die die haben natürlich auch viele haben natürlich extrem angst vor der hilfe und viele haben natürlich öfters mal die hilfe abgebrochen weil die vielleicht nicht so gefruchtet hat und was ich auch heftig fand dass extrem viele geschrieben haben dass es alles gestellt ist also ich gehe jetzt mal tausendprozentig davon aus dass man sowas als erst mal excel kann ich mir nicht vorstellen dass er wirklich so eine krasse aktion stellt also das ist ja mal der erste punkt der zweite punkt ist einfach sowas will man erstmal auch gar nicht stellen und der dritte punkt ist die reaktion auch von excel dass er wirklich versucht schnell das messer dass wirklich nichts passiert schnell das messer abzunehmen also war wirklich in dem moment die extrem also wirklich eine extrem gute entscheidung und er hat wirklich extrem gut da reagiert auch geguckt dass sie nicht verletzt wird ähm da hat er wirklich gut reagiert und ja wir gucken das leg das messer weg du machst ja was so und wie excel natürlich auch sagt also er hat natürlich jetzt den stream hier abgeschaltet und wie excel natürlich auch sagt dass sie erkrankt ist an alkoholismus und da muss man einfach sagen auch wenn das eine sehr sehr heftige situation war auch vielleicht eine heftige reaktion war ähm kann man ihr das nicht anbinden man kann nicht sagen äh von wegen ja sie ist äh sie müsste für immer und ewig eingesperrt werden oder oder das ist das ist der komplett falsche ansatz solchen menschen muss man ähm natürlich mit dem krankenhausaufenthalt meistens äh helfen äh den leuten von von einer schwierigen situation raushelfen was manchmal wirklich mehrere monate bis jahre dauern kann aber ähm man sollte natürlich auch den weg gehen man sollte definitiv auch den weg gehen und ich wünschte auch äh ab dem punkt äh der freundin weil weil die freundin wurde enorm angegriffen also was ich für kommentare gelesen habe von menschen die irgendwie sich eine meinung bilden wirklich es ist ein kurzes video und da bilden die sich direkt eine komplette meinung vor allem auch über excel dass excel sie ja ähm ausgesperrt hat äh auf dem balkon und sowas und ich finde das kann man nicht machen ne das ist halt auch das große problem heutzutage ähm digitalisierung wir schreiten immer mehr voran ähm jeder mensch hat heutzutage ein handy und äh wenn man dann mal kurz eine aufnahme sieht wo ein polizist mal kurz ein bisschen lauter wird oder welchen polizisten mal jemanden vielleicht ein bisschen rabiater wegschubst aber man kennt halt die vorgeschichte nicht und zu 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 99,5 prozent ist die vorgeschichte dass der typ der grad von polizisten weggeschubst wurde der hat vielleicht polizisten angegriffen wirklich angegriffen mit einer flasche oder mit einem messer der hat eine polizistin geschlagen und wirklich dass es natürlich immer wieder ausnahmen gibt dass polizisten gibt es aber auch menschen gibt es nicht nur polizisten sondern auch allgemein menschen gibt es die einfach immer überreagigen gibt es immer klar ausnahme bestätigen auch die regel aber trotzdem sollte man sich über so ein klick clip kein bild machen vor allem über excel oder über die freundin weil man hat zu ihr keine bezugsperson meine fresse und bevor man irgendwelche unwahrheiten lügen internet verbreitet sollte man vielleicht wenn man die möglichkeit hat erstmal mit excel reden definitiv vielleicht auch im discord fragen was da vorgefallen ist oder sich da komplett raushalten punkt aus ende es geht einem nichts an und ja also es war es war mir wirklich ein anliegen heute mal darüber weil ich finde irgendwie das hat sich die letzten jahre extrem verändert auf youtube dass die leute ich habe ja mal herr currywurst also currywurst ne herr currywurst so ein currywurst video gemacht dass die leute sich sofort nach zwei sekunden irgendwie eine meinung bilden und dann personen sofort angreifen müssen und dann unwahrheiten verbreiten und die verbreiten sich heutzutage leider sehr schnell auf instagram auf twitter und co und das natürlich dann immer mehr menschen glauben und daraus wird dann aus so einer kleinen unwahrheit wird dann irgendwann so von wegen ja excel ne als beispiel ist einer der der frauen einsperrt oder aussperrt auf dem balkon was gar nicht stimmt was gar nicht fakt ist aber das ist finde ich echt schwierig und ich hoffe natürlich excel wirklich sehr sehr viel glück und dass er das alles geregelt bekommen und natürlich auch der freundin extrem viel glück dass sie ihr leben dann wieder auf die reihe bekommt und ja bevor ihr irgendwelche unwahrheiten verbreitet sollte man einfach die schnauze halten punkt aus ende einfach schnauze halten wenn man von der situation von der gesamtsituation von den mehreren monaten überhaupt keine ahnung hat und nur ein clip von paar sekunden anguckt sollte man einfach komplett die fresse halten und sich da einfach komplett rauslassen ich weiß ich tue es gerade auch nicht mit dem video ähm aber ich wollte einfach mal dazu jetzt meine meinung sagen und ja danke erstmal für den vorschlag wie schon gesagt ich hoffe excel oder für die haben ja mehrere vorgeschlagen ich hoffe excel geht es bald wieder besser auch der freundin viel erfolg und ja wir sehen uns definitiv dativ akkusativ im nächsten will talk video diesmal ähm bis dahin haut rein und tschüss tschüss Vielen Dank.